Meine Damen und Herren, die Cockpit-Crew der RAVE All-Stars Airlines begrüßt Sie recht herzlich auf diesem Fluge. Wir bitten Sie nun, die Sicherheitsgurte zu schließen und festzuziehen. Bitte stellen Sie die Rückenlehnen Ihrer Sitze in eine aufrechte Position und klappen Sie die Tische ein. Nach dem Start bieten wir Ihnen eine Auswahl an Getränken und ein heißes Essen an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Wir sind startbereit. Bitte anschnallen.